In der Programmierung wird innerhalb von Anweisungen zwischen L-Wert und R-Wert-Ausdrücken unterschieden. Ein Ausdruck innerhalb einer Anweisung besitzt einen L-Wert, wenn der Ausdruck auf einen Speicherort verweist. Ausdrücke, die keinen L-Wert besitzen, sind R-Wert-Ausdrücke. Ein L-Wert zeigt somit auf adressierbaren Speicher. Das L bedeutet, dass ein L-Wert-Ausdruck auf der linken Seite einer Zuweisung stehen kann. L-Wert-Ausdrücke dürfen nur auf der rechten Seite von Zuweisungen vorkommen. L-Wert-Ausdrücke sind häufig Bezeichner von Datentypen, können jedoch auch als Funktionsaufrufe oder als Dereferenzierung von Feldern oder Zeigern vorkommen. Alle L-Wert-Ausdrücke haben zugleich L-Werte, aber nicht jeder L-Wert besitzt einen L-Wert. Beispiele Mögliche Ausgabe Anhand der Ausgabe ist ersichtlich, dass die L-Werte die Speicheradressen der L-Wert-Ausdrücke sind. Beispiele